große empörung über die hälfte aller grundrentenberechtigten erhielt im jahr 2023 keinen zuschlag zur grundrente mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d meine damen und herren fassungslosigkeit und empörung bei vielen hunderttausenden berechtigten rentnerinnen und rentnern die eigentlich anspruch auf die grundrente haben wir haben ja die die totalen zahlen schon mal gehört dass rund zwei millionen menschen in deutschland anspruch an sich auf die grundrente haben aber nur die hälfte von denen ungefähr die grundrente auch tatsächlich ausgezahlt bekommt und nun bestätigt sich dass also praktisch eine million grundrentenberechtigten erhalten keinen grundrentenzuschlag und nun bestätigt sich das sozusagen in der jahreszahl 2023 dass hier von rund 166.000 menschen die den die die grundrentenzuschlag an sich bekommen würden über die hälfte davon den grundrentenzuschlag nicht erhalten haben und damit setzt sich diese tendenz eigentlich fort die ja schon hier generell sich an angebahnt hat dass sozusagen immer fast die hälfte derer den grundrentenzuschlag an sich hat oder das praktisch diejenigen die grundrentenzuschlag haben die hälfte davon diesen dann nicht ausgezahlt bekommen meine damen und herren und warum ist das ganz einfach so das ist relativ easy zu sagen und wird sie natürlich nicht erfreuen einkommen was sie haben aus dem vor vergangenen jahr und einkommen des ehegatten wird an den grundrentenzuschlag gnadenlos angerechnet meine damen und herren ich habe das noch anders in den ohren ich weiß noch was hubertus heil damals stolz geschwellter brust von der spd gesagt hat wer 33 jahre hart gearbeitet hat das war das versprechen der bundesregierung damals der soll aus respekt und anerkennung für seine lebensleistung diesen zuschlag an höherer rente bekommen meine damen haben und mit der einkommensanrechnung mit dieser unsäglichen einkommensanrechnung an die grundrente ist dieser wird dieser respekt und die anerkennung de facto mit füßen getreten und wer hat schuld daran ganz klar und eindeutig die cdu meine damen und herren alle diejenigen die hier in diesem lande cdu gewählt haben meine damen und herren bitte richtig zuhören die cdu hat auf die einkommensanrechnung bei der grundrente bestanden die hätte es normalerweise so gar nicht geben sollen das ist das sind die wahlversprechen der cdu meine damen und herren und deswegen kann ich einfach nur sagen sie sollten sich oder man sollte sich vielleicht genau überlegen wie man in zukunft wählt also das soll natürlich keine wahlempfehlung sein sondern ich will ihnen einfach nur sagen dass genau diese partei die großen oberchristen dafür gesorgt haben dass viele menschen in unserem land die grundrente einfach nicht ausgezahlt bekommen ja meine damen und herren das soll es gewesen sein zu diesem thema grundrentenzuschlag sorgt immer wieder für aufregung und empörung wir warten auf die höchstrichterlichen urteile ob die einkommensanrechnung tatsächlich dann auch dem geltenden recht entspricht bis dahin müssen wir davon ausgehen dass die einkommensanrechnung nach § 97a sgb 6 leider dem geltenden recht entspricht und die deutsche rentenversicherung diese auch umsetzt ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter nöppel